Eww. Now the lips. Das riecht nach Margarita-Pizza. Was? Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ne, Lunci-Mausi-Pups? Okay, das war bestimmt verstören, tut mir leid. Ich hoffe, euch geht's allen gut und Jana hofft das natürlich auch. Und die kleine Luni-Mausi hofft das natürlich auch. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch. Eine Weltneuheit. Etwas, was es so noch nie gegeben hat. Und zwar werde ich Jana heute schminken. Jana wurde noch nie in ihrem Leben geschminkt. Ja gut, schon mal so Karnevals-mäßig. Aber noch nie richtig. Du bist aber natürlich noch ein blutiger Anfänger. Tschüss, Luna. Oh mein Gott, das wäre so süß, wenn ich in das Kante legen würde. Leute, wie süß. Okay, die hat keinen Bock. Jana ist aber natürlich bei weitem noch kein Profi. Und da ich ein unfassbar krasser Profi in Make-up bin, wie wir alle wissen. Ich auch. Nicht? Doch. Doch. Ich kann das. Also ich? Nee, ich. Ich habe mir schon ganz viel Make-up rausgesucht. Sieht irgendwie aus, als wäre es echt nicht viel. Au. Viel besser. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ganz viel Make-up. Und eine ganz tolle Palette, auf die sich Jana ganz sicherlich sehr freuen wird. Oder? Aber erstmal, Mausi, musst du den Zopf machen. Drei, zwei, eins. Wow. Was eine Transformation. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Angst, weil ich nicht so gut da drin bin, andere Menschen zu schminken. Aber wir kriegen das heute schon hin. Was glaubst du denn, womit wir anfangen müssen? Richtig. Ich habe hier ein wundervolles Beauty-Eye. Das ist schon ein bisschen benutzt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde, während ich Jana schminke, einen TikTok von Jana machen. Wow, ich merke schon, du liebst es. Ich stelle mich so an. Sieht schon anders aus? Ja. Du siehst aus wie Leonardo DiCaprio. Wer ist das? Neue Generation, Hilfe. Tue ich dir eigentlich weh? Nee. Bin ich zu groß? Ja, mach mal. Ich glaube, ich habe bei mir selbst noch nie so viel Concealer benutzt. Du hast es echt nötig. Guck mal nach oben. Oh. Das war mein Auge. Upsi. Komm, stell die nicht so an hier. Das mache ich jeden Tag. Glaubst du, dass du dich irgendwann mal schminkst? Ja. Ihr Pinsel ist doof. Das ist kratzig. Sonst noch ein Wunsch? Ja, Wasser. Wasser? Echt jetzt? Mach schneller jetzt. Vertraut mir nicht. Dafür kriegt sie jetzt was ganz Krasses. Was? Nichts. Schön, oder? Ja. Boah, Leute, wenn dieses TikTok nachher nicht der Überbriller wird, ne? Jetzt nutze ich übrigens Bronzer. Aber ich benutze das eigentlich immer als Konturprodukt. Verstehst du, Jana? Nee. Ich weiß sowieso den Unterschied zwischen Bronzer und Konturieren nicht. Also ich glaube, Bronzer ist irgendwie so, um das Gesicht zu wärmen. Und Konturieren ist, um das Gesicht so zu formen oder so. Keine Ahnung. Du kriegst jetzt auch noch die Nase konturiert. Die ist nämlich ein bisschen groß, wenn sie nicht. Die gleiche Nase. Das stimmt. Boah, ich bin echt schlecht in sowas. Ich glaube, du siehst gleich echt kacke aus. Ja, das passt schon. Also ich meine, brauchen wir jetzt hier auch nicht übertreiben mit der Ernsthaftigkeit. Was ist das? Du musst mal deine Augenbrauen zupfen, Kind. Das geht so nicht. Pass. Wow, your eyebrows are on fleek. Also zumindest die eine. Schau. Ich meine noch nicht dich. Augenbrauen machen ist echt schwer. Das ist meine Scheiße. Kleine Diva. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Beinen weischt. Ich schneide ab. So Leute, beide Augenbrauen sind gemacht. Und ich kann nur sagen, falls ihr mal einen Make-up-Artisten braucht, fragt nicht mich. Die sind nämlich echt schief. War es super aus. Von Weitem sieht es echt hässlich aus. Naja, wir machen jetzt halt einfach mal weiter. Vielleicht wird es noch gut. Vielleicht halt auch nicht. Highlighter. Du musst sagen, was du machst. Ach ja, Leute, ich mache jetzt Highlighter. Looking real pretty girl. Bisschen angemalt, aber... Okay, so. Auf welche Farbe hättest du denn Bock? Eher so pink oder blau? Ich weiß. Ich glaube, ich mache Peach. Ich habe Bock auf Peach. Wir könnten das TikTok das hier machen. So, mein Kind. Jetzt machen sie mal die Euklein zu. Haben sie schon. Das ist super. Okay, Leute, ich mache jetzt mal kurz den Lidschatten und melde mich gleich zurück, weil das kann ein bisschen dauern. Bye. Tada. That's the Lidschatten. Looks amazing. Jana freut sich richtig doll. Man sieht es an ihrem Gesichtsausdruck. Sie liebt es. Und gefällt es dir bis jetzt? Hast du ein gutes Gefühl? Nee, du weißt ja gar nicht, wie es aussieht. Hast du ein gutes Gefühl? Nee. Echt nicht? Nee. Warum? Nee. Now, we're coming to the Königsdisziplin, die ich wahrscheinlich überhaupt nicht verkacken werde. Und zwar... Hä? Ein Stift. Ein Eyeliner. Ja, richtig. Ich brauche einen Eyeliner lieber mag als einen schwarzen. Die große Kamera ist gerade irgendwie ausgegangen. In der Zwischenzeit haben wir den Eyeliner gemacht, aber es sieht sogar ganz gut aus. Hey Jana, du siehst voll gut aus. Endlich mal. Okay. Darf ich das machen? Wimpern dusche? Warte, wir müssen dir erst die Wimpern biegen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay. Ich kann das doch gar nicht. Oh nein, ich habe Angst. Du schaffst das. Okay. Wuuuuh. Ja, na. Ja, na. Ja. Ich möchte eine machen. Aber nachher versaust du es. Okay. Finde ich mal an. Oh Jani, du siehst voll schön aus. Oh. Die hat voll die leuchtenden Augen. Au. Oh, danke. Nach oben gucken. Hauptsache ich mache so ein Mascaragesicht gerade so. Obwohl ich dich schminke. Nicht blinzeln. So. Ich hole jetzt Lippenstift. Ich bin wieder da. Hallo. Na, 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 na. Du musst die Farbe zeigen. Das hier benutzen wir jetzt an Janas Lips. Okay. Now the lips. Der riecht nach Margarita-Pizza. Was? Ich glaube nicht, dass der nach Margarita-Pizza-Lie riecht. Okay. Na, hallo. Lass mich da jetzt schminken. Was ist denn mit dir? Ist doch maximal trocken und Lippen, ne? Hä? Was ist denn daran witzig? Was ist dein Problem? Hast du Wimper-Tische? Was ist Kala? Oder schwarze Maske auf den Augen? Das ist so ungefähr das Unlustigste, was du jemals gesagt hast. Schwarze Maske auf den Augen. Hä? Welcher Mensch sagt denn schwarze Maske auf den Augen? Niemand. Ich hab' nie gehört. Ich hab' nie gehört. Ich hab' auch nicht. Ahaha. Okay. Ahaha. Weißt du was? Kein Bock mehr. Hör' auf zu lachen. Alter, es ist nichts Witziges passiert. Doch. Was denn? Ja, also. Okay, Leute. Ob ihr es glaubt oder nicht, we did it. Wir haben es geschafft, trotz 1537 Lachflash. Hör' auf. Ist es vollbracht? Jana ist geschminkt. Ein Keks rollt die Treppe runter und bricht sich ein Krümel. Hahaha. Okay, Jans. Du darfst es jetzt sehen. Und? Wie bleh. Nein. Nein? Hahaha. Wie nein? Du magst dich einfach ungeschminkt lieber, oder? Aha. Nein. Ja, Leute. Ich glaub' heute kann man nicht mehr mit dir reden. Okay. Dann beenden wir das Video jetzt. Super spektakuläres Ende. Total toll. Ich hoffe es hat euch gefallen. Jana hat es offensichtlich nicht gefallen. Super. Ich hoffe es hat dir trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. War es irgendwie schön? Mhm. Leute, vergisst es. Wir machen jetzt das TikTok zu Ende. Falls ihr das fertige TikTok sehen wollt, dann folgt mir gerne auf TikTok. Mein Username ist at juliabeautix99. Jana hat tatsächlich auch TikTok. Wie heißt du da? Ungeschminkt schöner. Ich hab noch nie so jemand Unlustiges gesehen. Jana heißt at jana l e y. Ich schreib's euch einfach hier hin. Jana x x l y s s. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier kommt ihr jetzt noch zu meinen beiden letzten Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.